Also theoretisch könntest du die Quest mit vier Rates abhaken. Bis jetzt haben wir drei gebraucht. Aber ist eigentlich auch eine gute Quote finde ich, oder? Ich hatte meinen Sohn damals gefragt, ob er eine Playstation möchte oder seine Wii U. Da hat sich halt für seine Wii U entschieden. Ich sage es gibt eigentlich mehr und bessere Spiele für Playstation, aber da war er nicht dafür zu begeistern. Gehen Container? Oh, ich habe einen Scaf. Los. Ich sitze hier schon mal drauf. Ich hocke hier vorne im Gebüsch. So, der Anfang ist getan. Kommt sie dir? Hört dich. Oh, da ist noch ein Scaf. Oh, da war glaube ich drüben. Auf der anderen Seite. Müssen aufpassen, dass kein Sniper oben sitzt. Ach, schön ins Scaf. Das ist drüben, ne? Ja, würde ich sagen. Ich bin klaustrophobisch. Nix, ne? Nee. Sehr ungewöhnlich. Tja, wieder vor zum Checkpoint und dann rüber. Weil wo geht's. Hast du denn da so ein paar Scafs gespawnt vorne am Checkpoint? Mhm. Warum? Weil sonst ist ja glaube ich ja nichts weiter großartig bei Durms vielleicht, aber. Oh, hier hat der noch mal gestöhnt. Ja. Oh. Einer ist tot. Mhm. Was hören sie? Wo ist der Idiot? Steht auf der Straße. Genau auf der Kreuzung. Hopp! Mist, verfehlt. Aber da ganz gut, außer die Bühne ist halt groß. Halt auf! Ich bin nicht ordentlich zusammen. Soll ich intervenieren? Ja! Ne, ach ne, brauchst du ja nicht. Geh in Deckung, geh in Deckung. Aber noch einer. Schalava! Schalava! Was hältst du das fürn Scheiß? Rennen wir in den Container. Ich flieg mich erst mal zusammen, dann rennen wir. Mach das, mach das. Dann rennen wir von der anderen Seite ran. Lass ihn umzaugen. Ich renne schnell rüber. Was? Der Nächste. Ich bin drüben, Benji. Ich auch. Müssen auf den Sniper aufpassen. Ich kann mich hier nicht hinlegen. Ich kann mich hier nicht hinlegen. Ich kann mich hier nicht hinlegen. Ei, was war das? Es snipet einer von drüben. Oder? Ja doch, das hat da eingeschlagen. Von der anderen Seite snipet einer. Und vom Feld meinst du? Würde ich sagen, ja. Okay. Rennst du? Ja, ich bin weggerannt. Du bist durchs Tor und Richtung Old Guest, oder was? Genau. Nee, nee, nee. Richtung... Das liegt vor der Halle, vor dem Warehouse mit dem Vorplatz, wo der Kran ist. Ja, aber du bist, das meine ich so, auf die andere Seite rübergerannt, durchs kleine Kittertörchen. Oh, hier, ein Skepp, hinter der Tanke. Was erzählt er denn? Soll ich den holen? Denk an den Sniper, ne? Hm. Vielleicht kommt er ja auch zu uns. Der kommt ja durchs Tor. Und da ist er doch schon durchbruch. Und da ist er doch schon durchbruch. Rennst du was? Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Oh, 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 oh! Ah, Schengel! Ja, wo? Hast du das? Ja. Oh. Uh, ja. Es snipet schon wieder was? Das kam aus Richtung Tankstelle. Aber die normale. Ja, okay. Ah, okay. Im Loch, ne? Ich bin unten im Loch. Kann ich gleich mal, wenn ich schon mal da bin. Guten. Einen Splash angucken. So, ich würde jetzt aus dem Loch rausrennen. Die alle rein, ne? Mhm. Oh, es war richtig geschossen. Au! Hat er dich getroffen? Ja. Aber zu Glück hatte ich den Helm auf. Sorry. Okay. Der hat genau hinter uns geschossen. Wir bergen halt. Mhm. Gut, ich bin in der Halle drin, Benji. Okay. Matzi, hier ist ein Scaf. Oh. Komm mal zu mir. Ich leuchte ein Anführer durch. Ah, das hat mich schon gesehen. Au! Okay. Das hab ich mich nicht verpasst. Der steht da hinten, hinter dem LKW. Er ist tot. Sehr gut. Danke. Danke fürs Licht, Benji. Koop vom Feinsten. Ich muss es mir erstmal halten. Find ich auch gut, dass du Kugelmagnet spielst. Okay, ich bin soweit. Ich geh unten lang. Das geht mal ein Blick. Ich lege ein Leichen. Das steht meines Scafs, Mann. Nein. Oh. Ja, wir sehen ja, als Bild geflogen kam. Mist, alle tot, Mann. Mist, alle tot, Mann. Mist, alle tot, Mann. Alter, er reißt den halben Busch ab. Was ist denn gut? Hm. wir könnten noch mal rüber zum construction also hier zum zum turm da zu diesen wo die tanks stehen auf dieser fläche weiß was meine ich habe jetzt an die hinten gedacht weißt du ja ich renne schnell hin ein habe ich noch gehört auf der anderen seite kam schon gesprintet guck mal schnell rüber so richtung construction area hier wo bist du am durchgang ich glaube das sind spieler die zum exe rennen irgendwo war hier noch einer kann auch gar nicht so weit weg gewesen sein ich habe ihn doch recht laut gehört guck mal So Benji, ich komme zurück. Ich bin jetzt im Nachbar-Zimmer, hätte ich fast gesagt, im Nachbar-Gepüsch. Ich höre dich, ich höre dich ja. Wie viel brauche ich denn noch? Schätzungsweise zwei. Wir könnten jetzt, wenn wir schnell rüber rennen, könnten wir noch durch die Garagen rennen. Zwei brauche ich doch. Wir haben noch sechs Minuten Zeit, sechs Minuten dreißig. Ja. Ich höre es. Oh, hier ist ein Skepp. Lauf Benji, lauf. Gut. Geil. Jetzt brauchen wir nur noch einen. Das ist so Big Red-mäßig, so die Ecke. Da wird auch so, dass hier noch einen rumtreiben, oder? Denke ich auch. Einen Skepp brauche ich noch. Oh, ich habe ihn schon gehört. Ist ja hier so laut, Alter. Nicht rein, du Idiot! Da ist die Lampe, oder? Da ist die Lampe, oder? Da wurde er! Das ist die Lampe, oder? Da ist die Lampe, oder? Ja, das ist die Lampe. So, das war es. Also mit Customs. Ich glaube jetzt, dürfte aber eh nichts mehr da sein. jetzt kannst du auch ballern legen um läuft hier drüben durch mr unaufhaltsam schön 5.000 xp gab es hier ja